Kipassa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge Stoffland Fluss. Ihr habt gemerkt, jetzt gilt es, jetzt gilt es. Wir machen langsam ernst, das wird manchmal ein bisschen ausführlicher über die Themen gesprochen. Dafür kann es aber sein, dass das Thema, das angeschlagen wird, das Thema ist, das die Folge bestimmt. Und ich sage euch eins, wenn da kein Stoff steht, nicht wegschalten, denn die anderen Themen haben es in sich und sind oftmals auch interessanter, als ihr glaubt und manchmal sogar mit Stoff verbandelt. Also deswegen, alles wissenswert, alles cool, lasst das nebenbei laufen, lasst euch berieseln. Wobei eigentlich bei der Qualität, die ihr seht, solltet ihr eigentlich genau hingucken, weil das sieht schon geil aus. Also, ich würde mal anfangen. Letztes Mal hat die Macht geholfen, aber ich habe Ärger mit Meister Yoda bekommen. Ich soll das nicht für solche Sachen einsetzen. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Okay, mach langsam. Nicht ausnutzen, du sie sollst. Sonst darf ich nicht eins mit der Macht werden und so Sachen. Wird schon gerne irgendwann so ein Machtgeist sein. Was ist es? Fluss. Bam! Fluss ist immer sehr diskussionswürdig, finde ich. Ah, Leute, Leute. Was hältst du davon, wenn man aufgrund von Rassismus Gedanken Namen verändert? Zum Beispiel die Mohrenstraße, wenn ich das überhaupt noch sagen darf. Entschuldigt, falls ich das... Echt jetzt? Das werden ja immer wieder aufgrund von, ähm, ja. Ach ja, okay, auch sowas wie Zigeunerschnitzel und so. Ich glaube, das darfst du auch nicht mehr sagen. Genau, und ja, ich weiß, was ich nicht sagen darf, aber ich muss ja Beispiele nennen. Ich hoffe, wir werden jetzt dafür nicht geclaimed oder so. Ich glaube, wir wurden jetzt schon gecancelt. Echt jetzt? Gecancelt? Okay, aber geclaimed. Okay, die Worte, die ich jetzt sage, dienen nur der Darstellung des Gegenstands, über den wir sprechen wollen. Sag bitte Z-Wort in Zukunft oder N-Wort oder... Okay, was? Also, die N-Bombo darf auf jeden Fall hier nicht platzen. Nee, das ist ganz... Da bin ich aber auch dabei. Da bin ich aber auch dabei. Ich auch. Ja, das heißt, es gibt ja wirklich so Sachen, da ist das bis heute so ein Mittel der Diskriminierung bestimmter ethnischen Gruppen. Ja. Und das ist präsent und das ist wirklich etwas, das ist auf der ganzen Welt auch schlimm. Und deswegen finde ich, das ist eine Respektsache, das nicht zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, man darf auch nicht mehr Indianer sagen, ne? Glaube ich auch, darf man nicht mehr. Ich glaube, das darf man auch nicht mehr, ja. Ich glaube immer gerne, dass es irgendwo Menschen gibt, die sich davon betroffen fühlen. Und genau deshalb sind diese Menschen damit irgendwo befriedigt. Aber ich finde es sehr schwierig in der heutigen Zeit, in der sich solche Begriffe als überhaupt nicht beleidigend eingebürgert haben, dann so radikal dagegen vorzugehen. Also ich bin da sehr zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, vielleicht ist es unfassbar respektlos von mir, dass ich zum Beispiel sage, ich verstehe es bei der N-Bombe, aber ich verstehe es bei keinem Zigeunerschnitzel. Bitte, sagt mir das bitte, wenn ich respektlos bin, weil rein von meinem Empfinden her kannst du das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Das eine ist eine direkte Diskriminierung, eine direkte Diskriminierung. Und das andere ist vielleicht irgendwo über drei Ecken als manchmal abfällig früher genannt wordenes Bezeichnung. Ist das so irgendwie entstanden? Ich kenne die Geschichte nicht von den Zigeunerschnitten. Leider gibt es dazu eine, glaube ich, intensivere Geschichte, die gar nicht so harmlos ist, wie viele und du, glaube ich, auch denkst. Es gibt da eine Erklärung, vielleicht kann ich sie an der Stelle auch einbringen. Es gab mal einen Sinti und Roma-Menschen, der das in einer Talkshow sehr ausführlich und sehr emotional erklärt hat, diesen Ausschnitt. Vielleicht kannst du gleich darauf reagieren, wenn du möchtest. Ja. Vielleicht schaffen wir das noch in dieser Folge. Jetzt ist gut. Genau. Du bist nicht nur ein strahlender Mensch, sondern du bist auch jemand, der immer wieder erklärt, beispielsweise warum, und das ist mir jetzt noch wichtig zum Schluss unseres Gesprächs, warum du sagst, wirklich der Begriff Zigeuner, bei dem sich manche vielleicht nichts denken. Den darf man einfach wirklich nicht mehr verwenden. Okay, er sagt sogar, man darf es nicht verwenden, ja. Krass. Naja, wir Deutschen sind ja immer so damit sehr stark beschäftigt, wenn wir sagen, Verbote, was ist immer mit verboten? Verbote ja oder Verbote nein oder den Menschen einfach die Wahl zu lassen, zu sagen, zu dürfen und zu können, was sie wollen in unserer wunderbaren deutschen Sprache. Ich möchte erst mal von Herrn Abt sagen, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Das Wort Zigeuner ist abgeleitet von Athiganon. Athiganon, Ägypt, also Ägypter. Also die Leute haben früher gedacht, wir wären Ägypter. Und das Wort Gypsy und Athiganon definiert den Unberührbaren. Und unberührbar will keiner sein in dieser Welt. Im Gegenteil, wir wollen alle nahbar sein. Und deshalb kann man auf der einen Seite sagen, okay, ich kann das als Empowerment-Tool nehmen und sagen, ich bin unberührbar und bin proudly damit. Oder aber man nimmt es halt einfach als Stigmata. Das Wort Zigeuner wurde meinen Verwandten und meinen Menschen aus meiner Familie in der Zeit von 39 bis 45 in der Haut eintätowiert und dann wurden sie vergast. Okay, da schon mal natürlich ein Punkt, der die Sache extrem empfindlich macht. Es ist auch interessant, die Geschichte davon so ein bisschen zu hören. Und Roma sind ums Leben gekommen in Deutschland und Teile auch meiner Familie sind hier in diesem Land ums Leben gekommen. Und das Wort Zigeuner beschreibt einen deliquanten, devianten, kriminellen Untermenschen. Es definiert einen Sklaven. Es definiert jemanden, der eine Projektionsfläche ist für die Heteronormativität. Ist das so oder ist das so, wie er es gerade interpretiert? Also ich kann dir dazu keine genaueren Informationen geben. Es ist auch nur das, was ich gesehen habe. Das Erste ergibt natürlich Sinn, aber dann geht er direkt über in diese Definierung des Wortes. Und es klingt so, also das eine war vielleicht wirklich so und das andere könnte ja auch seine Meinung in Anführungsstrichen sein oder seine Interpretation. Aber wenn das so ist, das ist natürlich mehr als nur ein Grund, das nicht mehr zu sagen. Ja. Dann ist es ja die Beleidigung überhaupt für diese Menschen. Also falls hier irgendwelche Leute zuschauen, die sich besser in dieser Thematik auskennen oder selber die Herkunft haben, dann schreibt es doch bitte rein. Wir wollen da mehr Informationen zu haben. Für die weiße Mehrheitsgesellschaft, die quasi einen Antagonisten braucht, der quasi als Stoßfläche dient, als Trittfläche. Und deshalb muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ob man heute in dieser aufgeklärten, modernen Welt das Wort überhaupt noch benutzen will. Nee, die Armut ist klar. Und ob man das vor allen Dingen auch noch essen will. Das ist ja auch so eine Sache. Das Zigeuner-Schnitzel ist ab sofort gestrichen von der Speisekarte. Schluss. Gianni Ovadrowitsch, der noch dazu. Heute am Fugend als selbstständiger Unternehmer, als Dentallhygieniker. Danke, dass du da warst. Danke für das Vertrauen. Ich bedanke mich bei der wunderbaren... Okay, aber warum um das Schnitzel selbst, um die traurige Geschichte von dem Schnitzel? Da ging es jetzt nicht drum, ne? Keine Ahnung. Aber reicht ja jetzt schon. Ja, also das, was er gesagt hat natürlich, dass das den Leuten eintätowiert wurde und die vergast wurden und so. Das ist schon harter Tobak und für mich auch Grund genug, das Wort nicht mehr zu benutzen. Ihr seht ja, das ist immer krass, wenn man sowas aus so einer Sicht dann plötzlich hört, dann ändert das dein komplettes Empfinden für sowas, ne? Ja. Das ist schon... Und vielleicht fehlt es genau an solchen Sachen, dass man einfach mehr ein Bewusstsein von sowas schafft. Es mag sein, dass es oftmals dumm vorkommt. Für mich ist es auch so, dass ich oftmals sage, okay, warum ist denn das jetzt schon wieder ein Problem? Man sollte sich vielleicht öfter mit der Herkunft und der Geschichte beschäftigen, weil dann hat man plötzlich selbst ein anderes Bewusstsein, anstatt dass jemand zu dir sagt, du darfst nicht, halt die Klappe, weil dann hat man oftmals so eine Trotzreaktion, ne? Ja, ich glaube, wenn man erstmal so ein bisschen emotional darüber nach... Also davon berührt wird, ne? Von dieser Thematik, dann kommt auch schnell die Einsicht. So ist es ja bei vielen Sachen, auch bei Veganismus oder sowas, wenn man halt wirklich diese emotionale Bindung hat zu diesem Thema, wenn man diese Tiere sieht in diesen Massentierhaltungshäusern, dann erstmal fängt man an, darüber nachzudenken und die Sache von der anderen Seite zu betrachten. Auf jeden Fall. Puh, krasses Thema. Ja, danke dafür auf jeden Fall nochmal. Das hat dir nochmal viel Aufschluss gebracht, glaube ich auch. Und ich denke, für viele, die hier jetzt zugeschaut haben, ist es wie bei mir am Anfang gewesen. Das eine oder andere kann man erstmal nicht verstehen, weil man keinen bösen Hintergedanken hat. Und wenn man dann hört, was vielleicht der Ursprung der Sache ist, dann darf jeder jetzt einfach selbst entscheiden, wie er das sieht und ob er sich dann immer noch darüber aufregt, dass das dann verboten ist. Oder das ist ja nicht verboten, aber dass es einfach eine Diskussion gibt. Und ich glaube, es ist gut, dass es zumindest diese Diskussion gibt. Ja. Also du meinst, das ist auch tatsächlich eine sehr empfindliche Sache. Das hat auch schon einen krassen Hintergrund, dieses Wort. Und ich kenne sehr viele Sinti und Roma, Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, die benutzen das Z-Wort selber auch und fühlen sich auch nicht diskriminiert, wenn man sie so nennt. Das ist aber ein anderes Thema. Ich kenne keinen einzigen, der sich, ich bin auch mit vielen davon aufgewachsen, ich kenne keinen einzigen, die sind sehr stolz darauf und die mögen das auch, wenn sie so genannt werden. Was man dazu aber sagen muss, ich kann auch sagen, dass in manchen Kreisen, denen ich früher verkehrt habe, ich wahrgenommen habe, dass dieses Wort als Schimpfwort benutzt wurde. Ja, deswegen ist es immer so, es gibt verschiedene Seiten. Ich glaube auch, es gibt sehr viele Menschen, Sinti und Roma, die sich von diesem Wort sehr, sehr angegriffen fühlen, die das ähnlich halt wie das N-Wort aufnehmen. Und dementsprechend muss man natürlich immer zweimal nachdenken, bevor man halt sowas sagt oder dieses Wort verteidigt, obwohl man gar nicht die Berechtigung hat, das Wort zu verteidigen. Da hast du recht, ja. Ist halt schwierig, schwieriges Thema, ja. Das heißt insgesamt, also was ich von Anfang an sagen wollte, war ja genau das, es ist manchmal sehr schwierig auszumachen, wo die Grenze ist. Weil wir, wie gesagt, diese Gesellschaft haben, die sich auf alles und jeden stürzt und die eigentlich nur Gründe sucht, um irgendwelche Dinge zu nutzen, um andere damit zu canceln. Das ist ja wie so ein Sport geworden. Das heißt, es ist manchmal sehr schwer, wirklich auszumachen, was ist jetzt wichtig gewesen und was ist jetzt wieder der nächste Bullshit. Und das finde ich sehr traurig, weil ich bin, möchte ich nochmal sagen, ich bin dafür, dass niemand diskriminiert werden soll, absolut niemand. Für mich geht es sogar so weit, dass ich finde, teilweise haben Leute hier auf YouTube Content, der auf nichts weiter aufgebaut ist, als andere schlecht zu machen. So auf YouTube, auf Instagram, überall. Ich würde mich schämen, wirklich würde mich schämen, wenn mein Content nur darauf aufgebaut wäre, wenn ich nichts anderes von mir sagen könnte, als ich mache andere schlecht. Ich prangere an, was andere sagen, finde ich furchtbar. Es sei denn, diese Leute sagen ganz schlimme Sachen, dann muss jemand darüber sprechen. Aber sogar das finde ich schlimm. Ja, dieser Beef, das funktioniert halt. Das sieht man ja auch bei TikTok und so, da werden Fake-Beefs erzeugt, damit halt Klicks und Zuschauer und sowas alles das geil finden. Das ist traurig, in was für einer Gesellschaft wir mittlerweile leben. Das meine ich, ich mag das nicht. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich mich daraus bis jetzt so raushalten konnte, wobei ich nicht, ich kann natürlich nicht versprechen, dass das für immer so sein wird, weil manchmal werden halt auch Dinge getan, die fordern dich dazu auf, was zu unternehmen. Aber bis dato ist es für mich so gewesen, ich mache meinen Scheiß einfach weiter und wenn du auf meinen Kanal guckst, dann hat er vielleicht jetzt mittlerweile weniger Klicks als andere, aber du hast noch nie großartig gesehen, dass ich meine Klicks dadurch gemacht habe, dass ich jemanden schlecht mache. Und das meine ich, diese ganze Gesellschaft ist mittlerweile sehr stark darauf aufgebaut und deswegen ist es für mich in solchen Situationen, ist es okay, wenn jemand nicht diskriminiert werden soll, deswegen muss was geändert werden, okay. Aber dann sag es doch nochmal. Fall nicht gleich über die Leute her, rasier sie nicht komplett ab auf Social Media, cancel nicht die ganze Persönlichkeit, lass die Leute ein, zwei Mal. Jeder geht irgendwann über eine Grenze hinaus, dann kriegt er gesagt, das ist nicht cool und dann hat er seine zweite Chance. Wenn er dann nicht aufhört, ist es vielleicht Absicht. Ja, um das Thema jetzt nochmal abzuschließen, ein letztes Beispiel dazu, Kennzeichen SS, Berlin SS, wie würdest du das finden? Ist das glaube ich auch verboten, oder? Ich glaube nicht. Nee? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich habe mal gehört, das ist verboten und ich glaube, ich habe auch noch nie sowas gesehen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wirst. Ja, schreibt es mal bitte. Würdest du, wärst du dafür, dass man sowas verbietet oder findest du das scheißegal und das ist übertrieben? Das ist auch ein sehr zweischneidiges Schwert. Natürlich ist es perfekt, um ausgenutzt zu werden. Genau für solche rassistischen Statements eigentlich auch. Ich bin halt auf der einen Seite so, dass ich sage, man muss das irgendwo eindämmen. Auf der anderen Seite finde ich es schade, dass Deutschland sich bis heute nur am Entschuldigen ist für seine Vergangenheit, wobei das Deutschland von heute damit nichts mehr zu tun hat. Ich meine, wir sind eigentlich genau das Gegenteil von dem Deutschland von früher und sind dahingehend sogar so extrem, dass wir selbst zu viel oft auch zurückstecken. Deswegen, ich würde gerne einfach von dieser ganzen Diskussion irgendwann wegkommen, dass alles einfach so ist, wie es ist. Und wenn es einen Idioten gibt, der das so meint, weiß ich nicht. Vielleicht kann man, schwierig, schwierig. Das halte ich für eine sehr schwierige Frage. Das ist ja nur ein Kennzeichen eigentlich, ne? Nur ein Kennzeichen. Ja klar, wenn das Kennzeichen aber von Leuten, sag ich mal, getragen wird und dann auf diesem Auto vielleicht noch irgendwelche anderen Symbole zu sehen sind, ist das natürlich nicht schön. Aber wenn jetzt jemand Stefan Schamützel heißt, dann will er seinen Namen einfach nur benutzen. Aber ganz ehrlich, Stefan Schamützel würde das nicht machen, oder? Weiß man nicht. Oder er macht so, mir doch egal, ich darf meine Abkürzung benutzen, ich bin kein Nazi. Der hat irgendwann auch keinen Bock mehr. Der will einfach nur seine Abkürzung benutzen dürfen und dann kriegt er irgendwie von anderen Autofahrern immer so Hupe und immer so gewisse Zeichen und dann denkt er sich irgendwann, oh scheiße, wo bin ich hier gelandet? Ja, also ich muss auch sagen, dass ich solche Sachen zum Beispiel auch, wenn ich Dateien abspeichere, zum Beispiel haben wir ja bei Bigzone immer wieder einen Super Sale, den kürze ich absichtlich nicht SS Sale, also kürze ich absichtlich nicht so ab, weil ich denke, irgendjemand könnte da was interpretieren oder irgendeine, wenn es mal irgendeine Verfassungsschutzprüfung gibt bei mir aufgrund von meiner Herkunft oder sonst irgendwas und die solche Sachen finden, will ich das einfach. nicht und will das vermeiden, also das ist halt ein schwieriges Thema. Aber vielleicht bin ich auch zu vorsichtig und sollte drauf scheißen. Findet ihr, man sollte so ein Kennzeichen grundsätzlich verbieten? Interessante Frage, ich bin mir sehr unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, gut, dass wir darüber geredet haben, ich fand es interessant. Okay, Leute, in diesem Sinne war es das schon mit der Folge und ich muss sagen, hier wieder ein sehr, sehr interessantes Thema, wobei ich auch manchmal dastehe und nicht genau weiß, in welche Richtung man tendieren soll. Und eigentlich ist, glaube ich, für viele von uns, wenn sie selbst betroffen sind, sehr klar, in welche Richtung es gehen muss. Es ist nur oft so, dass man als Außenstehender, wenn man noch nie mit dem Thema zu tun hatte, einfach nicht die Sensibilität dafür hat und das macht es oft sehr schwierig. Ich finde, es hört genau da auf, ab dem man Leute, also ab dem Punkt, ab dem man Leute, die nichts dafür können und die es auch nicht böse gemeint haben, sehr hart angeht, zumindest wenn es das erste Mal ist. Aber es muss auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass wenn Leute das wiederholt machen, dass man vielleicht davon ausgehen muss, dass es Absicht ist. Und genau da ist es vielleicht auch wichtig, dass man dagegen vorgeht. In diesem Sinne, schreibt gerne mal in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und bevor ihr wirklich hier loshatet, fragt euch mal, was würdet ihr denn sagen, wenn es um euch gehen würde? Wenn es darum gehen würde, dass man euch diskriminiert? Würdet ihr euch nicht vielleicht auch mehr Rücksicht wünschen? Und wo ist die Mitte? Also genau, wo ist der Mittelweg? Wo trifft man sich da, sodass jeder irgendwie zumindest damit leben kann? Sehr interessant für mich. Also, ganz liebe Grüße an euch alle. Agiert hier schön in den Kommentaren. Supportet mich gerne bei entweder Smilodogs mit Iron Mike, dann kriegt ihr so einen freshen Pulli. Oder bei Big Zone, Planet Food Store und beim Austrian Cookie Dealer. Also geile Supplements, geilstes Fleisch nach Hause geliefert und fette Cookies, faustgroß. Und das alles mit Mike 10 bei diesen drei Leuten. Also, schaut da hin und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.